Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches, rationales Denken. Und wir machen weiter mit der CanSlim Börsenstrategie. Im ersten Video dieser Serie hatte ich bereits erklärt, was CanSlim ist, wofür also diese unterschiedlichen Buchstaben in CanSlim stehen. Und jetzt kümmern wir uns in den nächsten Videos mal etwas detaillierter um diese einzelnen Buchstaben und gucken dann mal, was die CanSlim Börsenstrategie so drauf hat. Es ist ja eine Mixtur aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Technische Analyse, die wir bisher noch gar nicht hier im Kanal thematisiert haben. Und unabhängig davon, ob ich die für gut oder schlecht halte, wollte ich dazu einige Videos drehen. So, das C in CanSlim steht für Current Earnings. Damit ist gemeint EPS, Earnings Per Share, also der Gewinn je Aktie in einem Quartal. Das A steht ja für Annual Earnings, also der jährlichen Gewinn. Und Current bezieht sich hier auf den Gewinn je Aktie pro Quartal. Das bedeutet sozusagen, wie viel Gewinn jedem Investor nach Steuern gehört. Das wird hier angegeben. Und was wird jetzt bei CanSlim genau gesagt, beziehungsweise gefordert? Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise von Google Incorporated, also dem Unternehmen Google, diesen Gewinn je Aktie anschauen, der ausgewiesen wird. Dann sehen wir zum Beispiel hier 2014 25 Euro oder in diesem Fall Dollar pro Aktie. 2015, 28, 2016 estimated, also geschätzt 33. Und das ist aber ja der jährliche Gewinn. Wir wollen sozusagen den Quartalsgewinn. Das heißt, das muss man auf der Unternehmensseite selbst herausfinden. Man muss sich die Daten dort drunter ziehen. Da kann man ja immer den jährlichen Geschäftsbericht und so weiter sich einfach runterladen. Und viele Leute fragen immer, wo man das herbekommt und so. Ihr geht einfach auf Google Finance beispielsweise oder auf Yahoo Finance. Da haben sie immer sehr übersichtliche Daten auch von den Unternehmen. Oder ihr gebt einfach bei Google ein, zum Beispiel Google Investor Relations oder Gazprom Investor Relations. Und dann werdet ihr immer die Investorenseite finden und dann könnt ihr auch das Ganze auf Deutsch übersetzen in der Regel. Ja, so Cancellum fordert jetzt, dass ein Wachstum von mindestens 18 bis 20 Prozent der Quartalsgewinner ausgewiesen wird. Das heißt, wir gucken uns hier die Quartalsgewinner an. Hier seht ihr immer März, Juni, September, Dezember. Und dann sehen wir jetzt hier die Jahre. Bin jetzt mal ein bisschen weiter zurückgegangen. Dann sehe ich zum Beispiel im Dezember einen EPS, also einen Gewinn pro Aktie von 6,14 Dollar. Und ein Jahr später war der Gewinn 7,82 Dollar. Also 18 bis 20 Prozent waren erfüllt. Und hier von 7,82 auf 8,23 glaube ich nicht ganz, müsste ich dann nochmal genau analysieren. Und dann sieht man das gleiche für September, für Juni, für März. Das heißt, man würde sich bei einer Aktie, die man analysiert, angucken, wie hat sich der Gewinn quartalsweise entwickelt. Und wenn er mindestens 18 bis 20 Prozent lag, dann ist er interessant, warum? Nun, dieser Begründer der Canceling-Strategie, William O'Neill, hat herausgefunden, dass die Top 500 Firmen in den USA aus den Jahren 1953 bis 1993, also 40 Jahre, Quartalswachstumsgewinne von 70 Prozent oder mehr erzielt haben, also zwischen den einzelnen Quartalen, bevor die Aktie richtig nach oben gestiegen ist. Das heißt, nach seiner Meinung kann man, wenn man hier gute Arbeit macht und wenn man das genau analysiert und prüft, tatsächlich Aktien finden, die in Zukunft ein hohes Wachstumspotenzial haben, weil er sagt, dass eben tatsächlich die Gewinne pro Aktie im Endeffekt das ist, worauf es ankommt. Jetzt ist aber ein wichtiger Punkt zu beachten an dieser ganzen Stelle. Nämlich bei diesen Gewinnen pro Aktie, ja hier nochmal auf Deutsch, Gewinnen pro Aktie, da kann auch ziemlich viel hin und her gerechnet werden, beziehungsweise da kann von der Firma selbst auch, ja ich will jetzt nicht sagen geschummelt werden, das klingt immer gleich so negativ, aber man kann diese Qualität vom Gewinn der Aktie analysieren und dazu braucht man zusätzlich das Cashflow, ja, also eine Firma hat ja genau wie eine GUV, eine Gewinn- und Verlustrechnung und ein Balance Sheet, also die Bilanz, da haben wir uns ja schon so ein bisschen drum gekümmert und es gibt auch ein sogenanntes Cashflow Statement. Und dazu werden wir dann auch nochmal einige Videos machen, denn die habe ich auch noch nicht thematisiert auf dem Kanal. Wie liest man eigentlich ein Cashflow Statement? Ein Cashflow ist einer der wichtigsten Dinge für ein Unternehmen, ist es profitabel oder nicht, ja. Cash is King, heißt es ja auch häufig und Cashflow ist im Prinzip einfach nur, ja, es gibt zwar unterschiedlichste Formen davon, und im Endeffekt ist es einfach nur, ob ein Unternehmen mehr Geld einnimmt, als es ausgibt. Und jetzt ist nämlich die Qualität dieses Gewinns pro Aktie sehr entscheidend und ich gebe dafür jetzt einfach mal ein kleines Beispiel. Beispiel, wenn der Cashflow nämlich negativ ist pro Aktie, dann bedeutet es, dass die Firma eigentlich einen Verlust gemacht hat und trotzdem kann aber der Gewinn pro Aktie positiv sein. Und das ist in diesem Fall dann ein Zeichen, dass die Qualität des Gewinns pro Aktie nicht gut ist. Und dazu gebe ich jetzt mal ein kleines Beispiel und zwar, die Börse mit Bauch AG gibt jetzt 1 Euro Gewinn pro Aktie an, was einer Wachstumsrate von 20% im Gegensatz zu den vorigen Quartalen und so weiter entspricht. Also eigentlich eine Aktie, die nach der Canceling Method hier schon mal das C erfüllt und wo man erstmal sagen könnte, ah, okay, das ist interessant und jetzt gucke ich mir aber das Cashflow Statement an und sehe, dass Cashflow pro Aktie minus 50 Cent sind. Ja, das heißt eigentlich ist der Verlust pro Aktie 50 Cent und es gibt einen Unterschied zwischen dem ausgewiesenen Gewinn und dem negativen Cashflow von 1,50 Euro. Und das heißt, diese Firma kann beispielsweise diesen Gewinn nur erzielen, indem sie einen Bankkredit aufgenommen hat, indem sie weitere Aktien ausgegeben hat oder indem sie eigene Vermögenswerte verkauft hat, um Gewinn zu erzielen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck eines profitablen Unternehmens, in das man investieren will. Ja, die sollen ja nicht ihre Vermögenswerte verkaufen, sondern die sollen ja ihre Vermögenswerte möglichst behalten und ausbauen, um immer mehr Geld zu verdienen aus dem operativen Geschäft. Ja, wir wollen ja nicht in eine Firma investieren, die jetzt zum Beispiel 50 Millionen an Vermögenswerten hat, ja, und aber zum Beispiel 10 Millionen jedes Jahr nur verdient und 20 Millionen Ausgaben hat und um diese 20 Millionen Ausgaben zu decken, jedes Mal irgendwie 10 Millionen von den Vermögenswerten verkaufen musst, bis es irgendwann keine Vermögenswerte mehr hat und ja, insolvent ist und nicht mehr zahlungsfähig. Ja, würde jetzt zum Beispiel der Cashflow 1,50 Euro pro Aktie sein, positiv, dann wäre die Qualität des Gewinns pro Aktie tatsächlich gut. Ja, das bedeutet, wir müssen, wenn wir die Qualität bestimmen wollen von dem Gewinn eines Unternehmens, dann müssen wir uns nicht nur diesen Gewinn pro Aktie angucken, sondern wir müssen uns durch das Cashflow Statement auch angucken, wie wurde dieser Gewinn erzielt. Näheres dazu dann in den folgenden Videos, wie man ein Cashflow Statement richtig liest, was es da zu beachten gibt und auch die anderen Buchstaben der Cancel-Methoden noch erklärt. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Video, dein Kolja Barkow und Aktien mit Kopf und hier oben links, wenn du darauf klickst, kriegst du den kostenlosen Videokurs über Aktien und Geld auf meiner Webseite. Bis zum nächsten Mal und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017